Borussia Mönchengladbach befindet sich derzeit im Trainingslager in Rothach-Egern. Ein Spieler fehlt jedoch, Menju Korné. Der 23-jährige Mittelfeldspieler ist für Frankreich bei den Olympischen Spielen im Einsatz. Doch ob Korné nach den Spielen wieder ins Team von Gladbach zurückkehrt, bleibt ungewiss. Sportchef Roland Wirkus hat nun bestätigt, dass Korné den Wunsch geäußert hat, den Verein zu verlassen. Seit 2021 trägt Korné das Trikot der Fohlen und beeindruckte gleich zu Beginn mit starken Leistungen. Schnell wurden große Clubs auf den talentierten Franzosen aufmerksam und Wechselgerüchte machten die Runde. In letzter Zeit ist es jedoch ruhiger um ihn geworden. Verletzungen und schwankende Leistungen haben seinen Marktwert beeinträchtigt. Vor einem Jahr wurde dieser noch auf rund 40 Millionen Euro geschätzt. Aktuell liegt er nur noch bei der Hälfte. Wirkus erklärte in einem Interview, Menju Korné hat uns recht früh gesagt, dass er gerne den Klub verlassen möchte. Derzeit wird Korné vor allem mit der AC Mailand in Verbindung gebracht. Doch laut Wirkus ist das Interesse der Rossoneri noch nicht konkret. Ja, aber auch da gibt es keine Bewegung. Wir beobachten die Olympischen Spiele. Und dann müssen wir schauen, was passiert. Sollte etwas kommen, dann hören wir uns das an. Aber ohne den Zwang, das auch machen zu müssen. Am Ende muss es schon für alle Seiten passen. Neben Korné könnte auch Nico Elwedi Borussia Mönchengladbach verlassen. Der Schweizer Nationalspieler, der seit neun Jahren für die Fohlen spielt, hat erklärt, dass er sich einen Wechsel vorstellen könnte, jedoch nur bei einem passenden Angebot. E es ist genauso, wie Nico es gesagt hat. Nach neun Jahren ist es normal, dass man sich umschaut. Es gibt momentan aber keine Bewegung in der Sache, E bestätigte Wirkus. Finanziell muss Gladbach derzeit genau abwägen. Weitere kostspielige Neuzugänge sind nur möglich, wenn der Verein durch Verkäufe Einnahmen erzielt. E wir haben bereits drei Verpflichtungen getätigt. Wir sind schon in Vorleistung gegangen, E betonte Wirkus und fügte hinzu. Natürlich beobachten wir auch den Markt. Ein potenzieller Neuzugang könnte Bernardo vom VfL Bochum sein. Der Brasilianer wird hartnäckig als Kandidat gehandelt und könnte die Lücke schließen, die Maximilian Wüber hinterlassen hat. Bernardo kann sowohl als Innen- als auch als Linksverteidiger eingesetzt werden, was ihm zusätzliche Flexibilität verleiht. Bislang haben die Fohlen in diesem Sommer mit Tim Kleindienst, 7 Millionen Euro, Philipp Sander, 1 Million Euro und Kevin Stöger, ablösefrei, bereits drei Neuzugänge präsentiert. Diese Verstärkungen sind Teil der Strategie von Gladbach, sich für die kommende Saison besser aufzustellen und die enttäuschende letzte Saison hinter sich zu lassen. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich die Situation rund um Menuh Korné und Nico Elwedi entwickelt. Fans und Verantwortliche warten gespannt auf mögliche Transferbewegungen und darauf, wie sich das Team bis zum Saisonstart formieren wird. Eure Meinung ist gefragt. Glaubt ihr, dass der Abgang von Korné und eventuell Elwedi ein großer Verlust für die Fohlen sein wird? Welche Spieler sollten noch verpflichtet werden, um das Team zu stärken? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.